So und herzlich willkommen zurück bei Edna bricht aus wir befinden uns hier noch immer schön im Badezimmer und waren gerade dabei die Schlange ein wenig zu maltrittieren mit den Topf und Lappen mit den Chips und natürlich mit Captain Unbrauchbar In diesem Bild ringt Captain Unbrauchbars Handy in der Schlange vorm Arbeitsamt Das ist ja unfassbar hat er nicht auf leise gestellt oh man Captain Unbrauchbar So was haben wir noch die Cornflakes können wir leider nicht benutzen aber die Polizeimarke Okay ich habe einen Plan ja wir gehen in die Politik und verfassen ein Gesetz das alle Schlangen Brombeeren verwandelt Sobald das Gesetz verabschiedet ist springen wir hinter den Parlamentsgebäude hervor Der Rest ist warten und Brombeeren pflücken die die nach Wasserschlauch schmeckt ist unser Kandidat Ich weiß nicht ich hasse Brombeeren Dann muss ich dich leider ausschalten Edna du gefährdest den Plan Dieser Killerhase wird mir langsam unheimlich ich glaube er nutzt uns nur ein bisschen aus So und natürlich noch Ketchup hinterher Die Farbe des Blutes und natürlich noch den Harvey erwürgen mit dem Schlauch bevor uns gefährlich wird Sieh nur Harvey Eine Schlange Los hol das Inventar raus Wir müssen sie fangen um sie beim Doktor auf den Stuhl zu legen So okay Hab gerade nochmal geguckt was das Mikrofon noch richtig ajustiert ist Jawohl Schlitz Und ansonsten können wir die Schlange vermöbeln Okay ich habe einen Plan Ja Ich lenke die Schlange ab Ja Du schleichst dich von hinten an sie ran Und während ich ihr an der Zunge ziehe Klickst du ihr auf den Hypothalamus Was ist warum schleichst du nicht Ich überlege noch wo hinten ist Ja da wo nicht vorne ist Das ist ja das Köppchen da und dann guckt man einfach Naja egal Schlangen haben ja keinen Hintern Die kacken ja aus dem Mund Die Feststellung des Tages Also wenn ihr jemanden beleidigen wollt sagt einfach du Schlange So können wir hier eigentlich das ganze Wasser anschalten Lalalala Und können wir uns ein Gläschen Wasser mitnehmen Da ist immer noch ein Fleck Raus verdammter Fleck Raus sage ich Ich gehe ja schon Gut Aber Wasser haben wir immer noch nicht mitgenommen Der ist sauber genug Okay Zickzackschere Nein Die würde nur Rost ansetzen Na gut Dann vielleicht die Cocktailkarte Möchte der Herr was bestellen? Ich hätte gern ein Leitungswasser Das macht 3 Euro Ja stimmt leider Jetzt habe ich Wasser in der Ohrmuschel So da musst du auf einem Fuß übrigens Wenn ihr Wasser im Ohr habt Auf dem Fuß hüpfen Auf dessen Seite das Wasser ist Und den Kopf dabei schräg halten So nach unten Dann geht das Wasser wieder raus aus dem Ohr Am Waschbecken die Fußnägel schneiden Wie spießig Kannst ja auch am Frühstückstisch machen Geht natürlich auch So das war wichtig Bevor wir ja verdursten Dann sehen wir aus wie Professor Nock ansonsten Der ist sauber genug Gut Ich nehme an das Messer auch Da wäre eher ein Löffel angebracht Wenn ich doch nur einen Löffel hätte Ja Den Löffel müssen wir noch aus der Bar kriegen Ich weiß nur noch nicht genau wie Da wäre eher Wenn ich Na gut Vielleicht die Topflappen einweichen Wozu? Das Wasser ist wohltemperiert Du sollst das ja auch nicht aufhitzen Mit den Topflappen Nein Dann wären sie ungenießbar Boah So Chips mit ein bisschen Wasser Das wäre eigentlich zum Frühstück Genau das Richtige Wenn die Cornflakes und die Milch mal alle sind Einfach alte Chips nehmen In Wasser einweichen Und genießen Mh Köstlich In diesem Bild putzt Captain Unbrauchbar Seine Ultraschallohrstöpsel Was der alles kann Putzen auch noch Jetzt blitzt und blinkt die Marke noch heller Na du bist mir eine Marke So ach Oh 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 Ne Ich hoffe ihr habt dafür Verständnis So viel Zeit Muss sein Und das gleiche Und das gleiche Und es wird sogar noch Psychedelischer Psychedelischer Ach schön einfach Aber sonst können wir hier leider nicht irgendwie ne zusauen oder so Ne schade leider nicht Willst du baden Harvey Igitt Nein Musste ich gerade heimlich husten Oh Und jetzt habe ich das Mikrofon glaube ich ein bisschen zu laut gedreht So ich hoffe das geht jetzt wieder Ich muss ja mal alles fein justieren Nein Ich möchte dass das Blut meiner Feinde an der Klinge bleibt Verständlich Verständlich Hast ja auch lange für gespart Das schreibt er nicht mehr Na gut dann haben wir immer nie mal alles zugesaut Und ansonsten Was gibt es denn hier noch Lichtschalter Spiegel Spiegel Guck mal das ist phosphozierend hier ne Phospho-sierend Mit Senf und Ketchup Naja wer weiß was da drin ist Wöcht ich gar nicht wissen Wie sehe ich eigentlich aus Komisch Irgendwie dachte ich Ich sei blond Schon lang nicht mehr Können wir vielleicht noch ein Bart anmalen Das geht nicht Können wir vielleicht noch Fneß Ach weiste Salgek Salgek Was Kock Was Mh 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 Topf Foss Den hatten wir schon Zickzack Schere Rischkasskiss Das kommt mir so bekannt vor Das kommt mir so bekannt vor Haben wir das nicht auch in Harbys neue Augen gemacht Mh Ach das war der Cock schon wieder Ja gerne genau 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 Cocktailkarte Mh 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 Miy Mh 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 Natürlich vertrödeln wir die Zeit nicht. Halt, eine wichtige Sache haben wir noch vergessen. Natürlich. Entschuldigung. Ja, habe ich vergessen, aber sag doch mal, Poki, was habe ich denn vergessen? Ja, dieser Raum hat tatsächlich überhaupt keine Walkthrough-Relevanz. Also natürlich muss man irgendwann im Spiel mal an eine Spüle treten, aber weil wir halt diverse Spülen im Spiel haben und hier in diesem Spiel gleich drei auf einmal, hätte ich mit diesem Raum auch theoretisch starren können. Ich bin aber trotzdem froh, dass ich ihn reingemacht habe. Erstmal macht er das Ganze halt irgendwie ein bisschen voller realistischer. Ich wollte ja auch irgendwie, dass man die Anstalt vollständig begehen kann, also dass man halt auch wirklich einen realistischen Zusammenhang zwischen den Räumen hat. Und dann ist natürlich der unglaubliche Wasserschlauch, den ich halt einfach, glaube ich, nur reingezeichnet habe, weil da noch irgendwas hin musste da an die Seite. Und ich habe die Texte, also die ganzen Objekttexte, ja tatsächlich in einer sehr viel späteren Phase, erst als es auf die Sprachaufnahmen zuging, geschrieben, als das Spiel seit der ersten Form fertig war. Also zum Ende meines Studiums war es durchspielbar, aber es gab kaum noch Texte. Und zwar fast ein Jahr später, schon nach Firmengründung von Daedalic, dass ich die Sprachaufnahmen gemacht habe. Also nach der Gründung natürlich, da haben wir dann das Spiel nochmal in die Hand genommen und haben die Sprachaufnahmen gemacht. Und da habe ich halt diesen Wahnsinn gemacht, dass ich die ganzen Objekte halt abgefangen habe und alle Interaktionen möglich gemacht habe. Ich glaube, ich wollte es einfach vollständig haben. Und ja, die Itemreaktionen mit dem Schlauch sind, glaube ich, meine Favoriten bei diesen Texten. Auch noch sehr bemerkenswert ist in diesem Raum, dass man ihn in Havis neue Augen auch wieder besuchen kann. Beziehungsweise man sieht ihn aus einer anderen Perspektive. Und zwar sieht man das, was hinten in dieser Duschnische auf der anderen Seite, dieser Trennwand mit der Spüle vor sich geht. Und da gibt es denn einen neuen Insassen kennenzulernen und die Kamera steht da quasi hinten links an der Wand und filmt in Richtung Tür, wenn man das so nennen kann. Und das, was ich daran halt bemerkenswert fand, war, dass in unserem Fokusgruppentest, da haben wir Adventure-Spieler eingeladen, die halt das Spiel schon mal durchtesten konnten. Also habe ich es in euren Augen jetzt und ich habe den Nachfolger. Und da hat tatsächlich eine Testerin bemerkt, dass ich dort einen totalen Fehler begangen habe. Und zwar, dass ich die Duschen auf die Seite der Trennwand montiert habe, während ich halt, das war es, auf die Seite, wo ich hier in diesem Screen eben die Duschen sind, angebracht habe. Und die hat das als Bug-Reported in unserem Bug-Reporting-Tool. Es gab noch ein paar andere Einträge in dieser Fehlermeldung. Da habe ich wirklich mit offenem Mund da gesessen und gedacht so, wow. Ne, ist ja auch so, wenn man den Raum jetzt nach vorne drehen würde, dann müssten hier hinten, da saß Stefan Raab sozusagen bei Havis neue Augen und hier waren die Pissoirs an der Wand. Und dann müssten die Duschen quasi hier an dem Zwischending auf der anderen Seite sein. Hier an diesem Zwischending da so. Ja, war also doch dieses, war doch dieses Badezimmer, das wir betreten konnten. Aha. Na gut, jetzt aber, führt die. Führt die? Jetzt aber, führt die? Jetzt aber, na gut. So, äh, wohin gehen wir denn jetzt? Gehen wir jetzt wieder zum Schlüsselmeister, da waren wir ja schon mal. Hinten in die Tür kommen wir nicht. Flurende, gehen wir zum Flurende. Mal gucken, was am Flurende so los ist. Die Musik ist auch schön. Das sieht aus wie siamesische Zwillinge da hinten. Gehen wir mal zum Bett. Hoti und Moti. Erstmal anschauen, dann reden. Sie gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Es sind halt nur beides sehr ungewöhnliche Eier. Ah, sind das wirklich siamesische Zwillinge? Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo und nochmals hallo. Ähm, 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 ähm. Und woher weiß Edna denn, dass die Hoti und Moti heißen? Das steht doch hier auch gar nicht am Bett. Die kleine Wahrsagerin. Wer seid ihr? Ich bin Moti und das hier ist mein Zwillingsbruder, Hoti. Wir sind siamesische Zwillinge. Aber das hast du sicher schon erkannt. Hoti und Moti? Das sind aber ungewöhnliche Namen. Tja. Das liegt daran, dass unser Vater Japaner ist. Und unsere Mutter Hopi-Indianerin. Aber das hast du sicher schon erwarten. Man sieht es an Hoti's mandelförmigen Augen. Ja, auf jeden Fall. Auch, ja, beide so diesen typisch asiatischen Einschlag einfach. Den sieht man sofort. Was setzt ihr hier herum? Wir passen auf, dass niemand unser Bett klaut. Aber die Betten sind alle gleich. Ha, das glaubst nur du. Wenn man weiß, worauf man achten muss, gibt es gewaltige Unterschiede. Es ist wie bei Hoti und mir. Nur wenige können uns auseinanderhalten. Aber mit der Zeit lernt man zu differenzieren. Das ist quasi unsere geheime Zwillingspower. Wir sehen die Unterschiede, wo andere nur hilflos mit den Achseln zucken. Das bringt uns zurück zu den Betten. Oberflächlich betrachtet sehen alle gleich aus. Aber dieses hier... ...hat als einziges ein Laken. Mhm. Wir müssen dieses Laken kriegen. Ihr gottverdammten Zwillinge. Ihr seht auch verflucht gleich aus. Warum tragt ihr nur einen Pullover? Dumme Frage. Für zwei Pullover ist es doch viel zu wahr. Ja, haben sie aber recht. Ihr seid keine siamesischen Zwillinge. Stimmt. Eigentlich sind wir siamesische Drillinge. Aber Brody studiert Kunstgeschichte in Paris. Ja, ja. Er war schon immer ein wenig verrückt. Ja, na gut. Habt ihr Bock mit outzubrechnen? Ich hau ab. Kommt ihr mit? Ach nee. Hier haben wir immerhin die weichste Decke im ganzen Haus. Und wo sollten wir denn schon hinwollen? Die Welt ist groß. Bis später. Hau rein. Und grüß mir die Freiheit, wenn du sie findest. Das mach ich doch glatt. Sag mal, wollt ihr ein bisschen an meinem Altglas lecken? Wollt ihr mein leeres Cocktailglas haben? War da etwa Stinkdrink drin? An deiner Stelle wäre ich vorsichtig damit. Es gibt seit Neuestem einen Zusatzartikel im Sondermüllgesetz. Mhm. Darin geht es ausschließlich um leere Stinkdrinkgläser. Okay, werden wir hier also nicht los. Zum Glück, möchte ich sagen. Wie kommt ihr ohne den Wäschelift in dieses Stockwerk? Kommen wir nicht. Wir haben uns nur heute Morgen vor dem Frühstück abgesagt. Wir haben uns beim Zähneputzen hinterm Spülkasten versteckt. Dem neuen Wächter fehlt einfach der Überblick über die Patienten. Raffiniert hinterm Spülkasten verstecken. Das müssen wir uns mal überlegen. Haltet mal still. Ich habe eine Idee. Ihr seid frei. Wow. Was ist das? Was hast du nur getan? Bist du Chirurg oder sowas? Ich glaube, wir haben soeben zwei Zwillinge separiert mit einer raffinierten Zickzackschere. Wollt ihr die Cocktailkarte sehen? Nein, danke. Da steht ja sowieso nur Stinkdrink drauf. Und dann ist der Weg zur nächsten Kloschüssel einfach kürzer. Und schmackhafter, würde ich vermuten. Ich muss auf jeden Fall mal zwischendurch speichern, damit uns nicht die ganzen Gegenstände abhanden kommen aus Versehen. Hey. Hey. Hey, na? Okay, schnell wieder knuspern. Das macht zwar Spaß, aber einer zur Zeit reicht. Wie einer zur Zeit? Ich habe doch jetzt den weggesch... Ah ne, der ist immer noch da. Ah, okay. Wollt ihr meinen Strohhalm haben? Ist es eine Spezialanfertigung für siamesische Zwillinge? Woran würde ich die erkennen? An der USB-Schnittstelle und der digitalen Überdruckanzeige. Oder einfach an den zwei Mundstücken. Ich fürchte, es ist ein Schnöder, ein Mann Strohhalm. Dann kannst du ihn behalten. Ach, na gut. Behalten wir den mal. Können wir vielleicht irgendwie einen Topf auf den Kopf... Braucht ihr einen Kochtopf? Nein, wir essen nicht mehr im Bett. Wenn man das Laken vollkrügelt, wird es schneller abgezogen, als man Piff sagen kann. Es landet dann im Keller in der Wäscherei. Und dort brauchen sie dann Wochen, um es zu reinigen. Sagtest du Wochen? Genau. Das hier ist das letzte saubere Laken bis zum Winteranfang. Ich habe eine Idee. Aber probier mal später. Vielleicht könnte ich die beiden trennen. Aber ich will sie nicht verletzen. Schade eigentlich, wie du willst sie nicht verletzen, seit wann das denn? Wollt ihr die Gabel haben? Nein. Wir essen nicht mehr im Bett. Wenn man das Lassel und Dorf sagtest du, gehen das hier. Ja. Das kennen wir schon. Vielleicht die Topflappen hier. Möchtet ihr meine Topflappen haben? Nein. Nein. Da seid ihr euch ja sehr einig. Siamesische Zwillinge sind sich immer einig. Und sie benutzen niemals Topflappen. Das liegt in der Natur der Sache. In Siam isst man nämlich Sushi. Und Sushi isst man roh. Das erklärt die Topflappen. Aber nicht die Einigkeit. Wir waren ja noch nicht fertig. Also? Sushi isst man roh. Und von rohem Fisch bekommt man Kommunismus. Ist doch logisch. Okay. Ja. Nee. Ist auf jeden Fall. Ich finde die Logik bestechend. So. Die Chips lasse ich erstmal aus. Bewusst. Wollt ihr ein Comic lesen? Lieber nicht. Wir kriegen uns immer beim Umblättern in die Wolle. Man kann sich ja absprechen übrigens. Hier spricht die Polizei. Lösen sie sofort diese Versammlung auf. Netter Versuch. Aber wir sind untrennbar miteinander verwachsen. Es gibt kein Versammlungsverbot für siamesische Zwillinge. Ich frage mich, wenn sie den Pullover getrennt hat, wie duschen die beiden denn überhaupt? Braucht ihr etwas Senf? Nein. Wir essen nicht mehr im Umblättern. Ja, 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 ja. Das kennen wir schon. Okay, Senf auch nicht. Ketchup dann wahrscheinlich auch nicht. Was hältst du von den beiden, Harvey? Ah. Es fällt mir schwer, sie auseinanderzuhalten. Okay, ich habe das Mikrofon jetzt mal wieder ein bisschen hochgepegelt. So. Vielleicht könnte ich die beiden trennen. Aber ich will sie nicht verletzen. Das kennen wir auch schon, aber ich will sie verletzen. Spielt ihr Polo? Schon lange nicht mehr. Es ist nicht so einfach, siamesische Zwillingspferde zu finden. Oh mein Gott. Braucht ihr einen Kugelschreiber? Eigentlich bräuchten wir zwei. Wir spielen gerne so Doku gegeneinander. Gegeneinander? Ja. Aber Mutti schummelt. Tu ich nicht. Er denkt sich irgendwelche Zahlen aus. Das sind Eskimo-Zahlen. Die Drölf zum Beispiel. Okay, dann haben wir hier die beiden abgefrühstückt und wir haben, können wir das Laken benutzen, den nur Hoti und Mutti? Tja, ich würde mal sagen... Wollt ihr ein paar Kartoffelchips? Nein. Die grünen und... Was ist los? Oh, diese Fülle an Möglichkeiten... Entschuldigung. ...und dieser damit verbundene Druck... Nochmal. Was ist los? Ihr seid befreit. Jeder von euch kann jetzt endlich das tun, was er schon immer wollte. Oh, diese Fülle an Möglichkeiten... ...und dieser damit verbundene Druck... Okay, dann kennt man das. Okay, die machen jetzt also nichts anderes. Verdammt. Ne, den Poki krieg ich ausnahmsweise mal nicht an. Der spoilert ja immer so gerne. So, mit den anderen Betten können wir, glaube ich, nichts anfangen. Bettflur. Bettflur. Ne, ich trau mich nicht, auf den Poki zu klicken. Ne, das trau ich mich nicht. Ne, nachher erfahren wir zu viel. So. Dann mal zum Schlüsselmeister. Wobei wir hier ja noch eine Menge Zeug zu tun haben. Quatschen wir erstmal mit dem. Das kennen wir leider schon. Weil wegen Spielstadt abgeschmiert. Pipapo. Wisst ihr ja noch. So, ich mach hier mal Reinigungskraft. Hm, ne Tentakelwesen. Naja. Okay. Das kennen wir alles schon. Deswegen kürze ich das mal ab. Das haben wir alles schon gehört. Und dann haben wir den Spielstand quasi fast wieder hergestellt. So. Kopie des Generalschlüssels. Lalalala. Gold wie realial. Wie komm ich an Gold? Die Medaille. Wie komm ich an Ton? Das Fundament der Anstalt. Wie komm ich an einem Vehikel später? Viel Glück hast du's. Warum? Was? So. Von Hass geleitet. Und gemeinsame Vergangenheit. Und das war's auch schon. Ich muss weg. Fröhes Stift. So schnell ging das. Hui. Und hier will ich den Poki auch nicht anklicken. Wegen... Der Spoilert immer so. Alarmknopf. Hm. Was meinst du, Harvey? Das will ich sehen. Ich mach das. Dann mach doch. Ich mach das. Ich mach das echt. Mach doch. Mach doch. Ich mein's ernst. Feige. Feige. Edna. Und was jetzt? Es scheint keinen Effekt zu haben. Oh. Ich dachte schon, gleich ist hier Polen offen. Aber zum Glück ist Polen noch geschlossen. Leer. Können wir den Mülleimer mitnehmen? Der würde mich nur behindern. Bist du doch schon. Hahaha. Können wir mit dem Mülleimer reden? Hallo? Ist jemand da drin? Verschwinde! Offenbar nicht. Schade. Die Motive sind von der letzten Miss psychisch gestört Wahl. Hier steht, dass Miss September ihren Mann erdeucht und den Hund gegessen hat. Sexy. Bin nimm dich, Hauf. So, beim Kalender war man nämlich stehen geblieben. Der ist nun wirklich zu gar nichts Nutze. Naja doch, um Harvey zu erfreuen. Vielleicht mit dem dreckigen Glas. Heute ist Weltkleptomanietag. Das heißt wohl, ich darf das Glas behalten. Ach, dann ist ja gut. Okay, vielleicht mit dem Wäschebügel. Wozu? Sie hat ja kaum was an. Aber das steht ja ganz gut. Mit der Schere. Nein, ich möchte nicht, dass Harvey denkt, ich sei eifersüchtig. Ja, aber hatten wir ja das letzte Mal schon, dass wir das für Harvey mitnehmen wollen. Den Stinkdrink fand ich appetitlicher. Boah, jetzt sei mal nicht so biestig. Edna. Vielleicht bist du ja doch eifersüchtig. Willst du die Nummer von Miss psychisch gestört haben? Oh ja, oh ja, oh ja. Siehst du? Das ist der Unterschied zwischen uns beiden. So, das hatten wir letztes Mal auch schon. Fußnagel. Nein, ich möchte nicht, dass Harvey denkt, ich sei eifersüchtig. Natürlich, natürlich. Vielleicht anspucken. Nein, die Motive sind verkehrt. Ach so, ja, 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 ja. Okay, vielleicht ein Top drüber. Miss psychisch gestört September. Hobbys? Kochen, Malen, Tanzen. Puh. Die ist so wenig psychisch gestört, wie Pamela Anderson Bademeisterin ist. Hm, ist die Edna tatsächlich ein bisschen eifersüchtig? Nein, ich möchte nicht. Aber vielleicht bist du ja eifersüchtig, egal was der Harvey denkt. Nein, ich möchte die Motive sind. Ja, 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 kennen wir doch schon. Mist, ich verklick mich dann dauernd. Die trägt nicht einmal Topflappen. Und die will psychisch gestört sein? Ha! Ja, du trägst aber auch keine Topflappen, liebe Edna. Huch, was? Mit Chips? Äh, da weiß ich ja einfach mal bla bla bla. Okay, jetzt äh, Käpt'n Unbrauchbar. In diesem Bild verspätet sich Käpt'n Unbrauchbar um den Bruchteil einer Kalenderwoche. Na, da war er fast noch pünktlich. Hm? Und dann... So, Cornflex, geht wieder nicht. Inspektor Konrad ermittelt wegen Erregung privaten Ärgernisses. So, Senf? Nein, ich... Natürlich, natürlich. Hey, Harvey, guck mal genau hin. Guck mal, Harvey, ein Kalender. Hui, ist das nicht die Miss psychisch gestört vom September? Au! Harvey, benimm dich. So, können wir aber, glaube ich, eher nicht mitnehmen. Und ich glaube, jetzt wird er wieder eifersüchtig. Nein, die Motive sind... Ah! Können wir vielleicht ihren Bart malen? Nein, ich möchte nicht, dass... Natürlich. Okay, ich glaube, damit haben wir den Kalender durch. Stuhl hinsetzen geht auch beim Stuhl nicht. Können wir Harvey mit dem Stuhl benutzen. Was hältst du davon, Harvey? Ich glaube, es ist ein Pferd. Glaubst du? In der Kommandozeile stand Stuhl. Zähl die Beine. Es muss ein Pferd sein. Ein einbeiniges Pferd. Natürlich. Wieso bin ich da nicht eher drauf gekommen? Einbeinige Pferde sind sehr beliebt. Die kommt ja kaum durch Papier. Wie soll sie dann Holz schneiden? Das ist doch nur Stoff. Können wir den vielleicht noch anmalen? Juhu! Das ist der Delikzeichen. Auf die Stuhllehne. Können wir den vielleicht noch senfeln? Nein, danke. Ich esse lieber im Stehen. Das scheint ja nicht so gut zu klappen. Aufschneiden. Nein, danke. Na gut. Telefonieren? Nein, danke. Ich telefoniere lieber im Stehen. Hallo? Ist da der Wachdienst? Ja. Wachdienst hier. Was wünschen Sie? Seit ich die Anlage eingebaut habe, läuft pausenlos der stumme Alarm. Was kann ich tun? Auflegen und die Leitung für andere Kunden freimachen. Danke. Sie haben mir sehr geholfen. Nicht zu danken. Ist ja mein Beruf. Ist der Kundensupport? Ach, Alarmknopf. Jetzt lese ich es erst richtig. Ich dachte, Alarmtopf macht so auch viel mehr Sinn. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hm. Keine Wirkung. So, was können wir noch alles mit dem Anstellen schneiden? Die kann hier leider nichts ausrichten. Vielleicht den Stinktrink? Das ist nicht der Rufknopf für die Stewardess. Und bei der Airline würde ich auch sofort kündigen. Wir könnten uns einen viel besseren roten Knopf aus Kleiderbügeln basteln. Nur, dass er dann nicht rot wäre. Ja nee, das nicht. Und im Zweifelsfall nicht besonders knopfförmig. Man kann ja nicht alles haben. Ich lasse es mir durch den Kopf gehen, okay? Ruf mich einfach an. Du hast die Nummer. Lass es dir doch einfach durch den Knopf gehen. Hahaha. So, vielleicht einspucken. Lieber nicht. Vielleicht hat er so einen Luftbewegungsschalter. Und das gleiche noch mit dem Mülleimer gleich. In diesem Bild stürzt Käpt'n unbrauchbar unglücklich auf den roten Knopf. Ach, der arme Mann, ey. Der hat immer so viel Pech. Ob dieser Knopf die Polizei ruft? Oder nur den Doktor? Vielleicht ist er auch nur Teil der Hintergrundgrafik. Psst. Wahrscheinlich ja. Ich glaube, wenn wir den benutzen, passiert eh nichts. Was meinst du? Das. Ich. Ah, okay. Was. Und was jetzt? Scheint. Okay, na gut. Hat nicht so funktioniert. H.W. Was meinst du? Ich. Und was jetzt? Vielleicht unterschreiben wir mal? Ja, das ging wenigstens. Können wir auch auf dem Mülleimer unterschreiben? Der schreibt noch. Ich will ihn ja nicht wegwerfen. Kann ich den Mülleimer anrufen? Das funktioniert doch noch einwandfrei. Das kaputte Telefon. Natürlich. Keine Frage. Vielleicht H.W. In dem Mülleimer. Aber nicht doch. H.W. Ist schon ein bisschen abgewrackt, der gute Lichtschalter. Wollen wir mal Licht. So. Das sieht doch schon viel freundlicher aus hier jetzt. Okay. Wir müssen beim Puzzle-Wettbewerb gewinnen. Am Flurende hatten wir ja schon. Die Tür ist tabu. Dann nehmen wir doch mal den Wäschelift. Und los geht's. Und düsen in Richtung der anderen Etage. Keller war das, ne? Hallo da drüben. Oh. Eine neue Nachbarin. Ach so. Ja. Ich glaube, viel reden können wir ja nicht. Kommt nicht langsam mal der nächste Ausgang? Ich glaube, mit dem Herrn Mantel. Huch. Da würde ich mir ja alle Knochen brechen. Mist. Hm. Wie auch immer wieder hin müssen. Was haben wir denn im Inventar? Können wir dem vielleicht was anschnipsen? Hey, was soll das? Da kommt der nächste Ausgang. Okay, das heißt, wir sind wieder zurück. Hm. Haben jetzt aber nicht wirklich viel erledigt, würde ich sagen. Wir sind genauso schlau wie vorher. Es wäre praktischer, wenn wir uns aussuchen könnten, wo wir hin müssen. Können wir vielleicht den noch zerschneiden? Könnte ein tolles Gespensterkostüm aus ihm basteln. Leider hängt er außerhalb der Reichweite. Da kommt der nächste Ausgang. Okay, wir haben ja mal Platz für genau eine Aktion. Verdammt. So, hier waren wir schon. Kommt uns ja ein bisschen bekannt vor. Und dann... Los geht's. Wie können wir denn da drüben bloß aussteigen? Und was ist das da für ein Fleck? So, schnell noch einen anderen Fleck. Ach, und hier ist sogar Senf dran. Das ist ja cool. Hm, verdammt. Können wir noch Ketchup da... Ich habe ihn genug geärgert. Aber Herr Mantel, du bist ja ganz schmutzig. Da kommt der nächste Ausgang. Ich glaube, Herr Mantel mag uns nicht besonders. So, na gut. Ich mache mal eine kurze Aufnahmepause. Ich habe jetzt die sämtlichen Nachspielfolgen jetzt in dieser Session erledigt. Und das hat irgendwie... Hat sich über Stunden hingezogen. Ich weiß gar nicht, warum. Weil zwischendurch immer irgendwas war. Telefongespräche und Türklingeln und Pipapo. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Aufnahme. Bis dahin. Also bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Tschüss.